So Leute, Willkommen zurück zu Let's Play Pokemon X Civilution Log. Heute und hier in Part 14 in Petrofia zu früher Morgenstund um 20 vor 9 morgens. Bin ich letztes Mal um 20 vor 9 abends aufgenommen? Egal, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist da... Neite? Ui! Was ist da? Nerzzuppe! Cool! So, beim letzten Mal haben wir wieder diverse brenzlige Situationen gehabt, beziehungsweise eine große und zwar ein Hochmut Zurokeks. Ich wollte schon fast Irokeks sagen, auch wenn es kein Irokeks ist. Das ist einfach nur ein Kek, aber okay. Ich bin noch etwas verschlafen, es tut mir leid. Ja, genau. Wir haben sonst nicht viel gemacht, glaube ich. Also wir haben die Leuchttüre abgeschlossen, haben jetzt unser fossile, was wir nicht benutzen dürfen und jetzt... Ich sehe gerade, dass wir einen wunderschönen Schatten haben. Das sieht aus wie ein... Nerv nicht. Wie eine Schachfigur, muss ich das sagen? Moment, ich muss mir kurz richtig hinsetzen. So, jetzt sitze ich sehr bequem. Oh, wunderbar. Äh, ja. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Pet... Haltblödsinn, Reviviera City. So, das ist Petrofie Aquarium. Was steht denn da draußen? Das würde mich jetzt interessieren. Der Part wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden, weil ich, äh, ich muss in einer halben Stunde losgehen zur Uni. Hm? Petrofie Aquarium. Ja, das heißt, der Part kann maximal 20 Minuten lang werden, weil ich mich dann noch kurz fertig machen muss. Nein, guten Tag! Vielen Dank für deinen Besuch in unserem Aquarium. Äh, bitte. Tja, die Pokémon sind zu dem Schutzglas. Alles, was sie Tag aus Tag einsehen, sind die neugierigen Gesichter der Besucher. Ist, glaube ich, auf Dauer auch nicht so ein schönes Leben. Aber vielleicht auch doch. Vielleicht, äh, alles friedlich, bald keine, äh, kein Stress und sowas. Hm? Wer weiß. Na, Sturm ist sogar eine ganz erstaunliche Fähigkeit. Sie lenkt nicht nur alle Wasserattacken auf dieses Pokémon und macht deren Effekte und wirksam, sondern erhöht auch noch den Spezialagraf des Pokémon. Gastronon. Hm, tolles Pokémon. Wirklich, wirklich tolles Pokémon. Geiles Typing. Geile Fähigkeit dazu. Hm, aber ich glaube, H2-Obs, aber eventuell sogar besser für Gastronon dann nochmal. Aber okay. Es gibt ja viele Pokémon-Typen auf der großen, weiten Welt, aber unter all jenen mit nur einem Typ gibt es am meisten Vertreter des Typs Normal. Dicht gefolgt von den Wasser-Pokémon. Stimmt das? Also, reine, gibt es mehr reine Wasser-Pokémon als reine Normal-Pokémon? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass es im Gesamten ein bisschen mehr Wasser-Pokémon gibt als, als, äh, Normal-Pokémon. Aber ich weiß nicht, ob das auf den Einzeltypen auch bezogen ist. Anscheinend. Nein. Oder wie sich das mit der siebten Generation geändert hat. Aber ich weiß nicht, dass sich das geändert hat. Aber egal. Ähm, glaubst du, dass es auf dem Meeresgrund noch Pokémon gibt, die bisher niemand zu Gesicht bekommen hat? Ähm, ja, sowas wie zu dem Zeitpunkt Porto-Kaiogru vielleicht oder so. Ja, ich möchte mit den Pokémon im Meer schwimmen. Äh, dann viel Spaß. Springen rein. Durch die Scheibe. Ist eine gute Idee. Wow, da war eben ein großes, tolles Fisch-Pokémon. Aber jetzt hat es sich hinter dem Stein versteckt. Welchem Stein? Dem? Kann es ja nicht so groß gewesen sein. Was steht hier drauf? Steht da was? Nein, steht nichts noch. Okay. Ein goldes Carpador. Sieht sehr friedlich aus. Hat das ein Auge zu und ein Auge offen. Das Carpador zwinkert mich an. Oder den Angler. Hi. Grüß dich, wer der gereiste Trainer. Weitgereiste Trainer. Entschuldigung. Die steht ja gewiss auch danach, Pokémon zu angeln, um dich mit anderen anzufreunden. Nicht? Weißt du was? Hier, ich gebe dir einen Angel von mir. Ich, Alter, angelverrückt. Da habe nämlich schon mehr von den Dingern, als ich bei ihr brauchen werde. Joa, warum nicht? Kann man ja mal nehmen. Brauchen wir es aber nicht, aber egal. Vollständigkeit. Ein Angel ist schon etwas Tolles. Man will dem... Man möchte mal erklären, wie man sie benutzt. Zuallererst musst du dich auf das jeweilige Gewässer ausrichten und die Angel auswerfen. Drücke... Ja, okay, komm. Es ist ein Angeltutorial. Das braucht keiner. Vor allem, wenn wir sie eh nicht benutzen. Vorher liegt die Route 8. Sie schlängelt sich von diesem Abhang über Petrofia, die Meeresküste entlang, bis hin zur nächsten Stadt. Was macht man eigentlich, wenn das Museum hier geschlossen hat? Also, ähm... Wenn man quasi, äh... Was soll ich es beschreiben? Wenn man... Man ist in Petrofia und möchte gerne nach Reliviere. Das ist die Route 8. Bekannt als Moray-Küstenfahrt. Genau. Wieder Route 8. Immer noch. Ähm... Man ist in Petrofia und möchte nach Reliviere. Das Museum hat zu und kommt dann da nicht hin. Ist ja auch ziemlich dumm gelaufen, oder? Weil dann muss man... Wenn überhaupt... Ist ja noch ein Item oder sowas? Muss man überhaupt, wenn überhaupt, ähm... Über die... Über das Tubert-Nest gehen. Aber okay. Nein, warum auch nicht? Wolltest nur mal anmerken, dass das irgendwie rein Logistik... Äh, Logistik ist auch das falsche Wort. Äh... Das ist einfach nicht sonderlich Sinnvolles. Zu sagen, ey, du kannst nur die Stadt, wenn du durch das Museum gehst. Hm. Aber okay. Beziehungsweise durch das Aquarium. Für mich ist das immer so ein bisschen Museum. Ach ja. Route 8 ist eigentlich... Ich finde... Voila. Äh... Route 8 ist, äh... Tatsächlich... Eine sehr schöne Route, wie ich finde. Weil man... Äh... Oben die Küstenteile hat. Mit... einem gefährlichen Macholo. Ich erinnere mich noch, ja. Und... Unten hast du halt, äh... Dieses... Die Wasserweg, was ich auch sehr cool finde. Ich glaube, hier kommt man nicht weiter, wenn man nicht bei der Leuchthülle war. Ich wusste es. Auf das Itemradar ist eben Verlass. Dann befindet man gewisse Items ganz fix, selbst wenn sie für das Bluseauge eigentlich nicht sichtbar sind. Solltest du... Solltest du ruhig auch mal einsetzen. Vielleicht findest du ja sogar den einen oder anderen Schatz. Dankeschön. Ähm... Meine Stimme ist noch etwas im Schlafenmodus, deswegen muss ich mich hier nun wieder mal räuspern. Die Bedienung des Itemradars ist ganz einfach. Je näher du an ein... In der Erde verborgenes Item gelangst, desto stärker reagieren die Antennen und führen dich so schließlich zu ihm. An der Stelle, wo die Strahlen in einem roten Kreuz bilden, befindet sich dann das jeweilige Item. Funktioniert wie bei der Wünschelrute. Mit einem Itemradar ist man also quasi wie... So wie da... So wie was die modernen Version... Warte. Ist man quasi sowas wie die moderne Version eines Wünschelruten-Gängers. Also ich habe gerade die moderne Version einer Wünschelrute gelesen. Ich habe das Gängel nicht gelesen. Das erklärt einiges. Du bist quasi die moderne Version einer Wünschelrute. Moment, was? Das gibt keinen Sinn. So. Ich möchte kurz einmal das Itemradar registrieren. Ähm... So. Genau. So sieht das hier aus. Muss ich sagen, ein ziemlich gutes Itemradar. Ich komme damit sehr gut klar, weil das beste Itemradar, finde ich, immer noch hat die... Die vierte Generation, würde ich sagen. Also die im Sinne von Hardgold und Holzsilver. Weil man da einfach auf den Totscreen tippt und dann wird einem sogar ziemlich genau angezeigt, wie das Item ist, aber... Es können hier nicht alle Itemradare gut sein. Was ich nicht merke, ist das Itemradar in Sonne und Mond, weil das ist ja im Prinzip der Bisbark Ritt oder wie man es nennen möchte. Da. Dankeschön. Eine Perle. Okay. Ähm... Und ich finde es ein bisschen anstrengend, wenn man dann immer auf Bisbark ist und dann ist man so langsam und... Moment. So. Ich wollte gerade auf den... Auf den... Auf das, ähm... Stutterkontz tippen, um das zu deaktivieren. Da habe ich bewegt dabei. Das war... Interessant. So. Es ist Nachtara vorne. Weil Nachtara muss jetzt ein bisschen trainiert werden. Da braucht ein paar Level, der Junge. Saturn, du brauchst ein paar Level. Also bitte. Go. Ich bin ja eigentlich Nachtschwimmerin, aber mein Team gibt mir Auftrieb. Nicht Schwimmerin, nicht Nachtschwimmerin. Ja, ne? Also es ist nur ein bisschen für Schwimmerin Simone und die Alliterationen gehen los. Beziehungsweise weiter. Ich habe bisher nicht darauf geachtet, ob das Alliterationen waren oder nicht. Auf jeden Fall spammen wir jetzt ein bisschen Verfolgung im Laufe dieser Route. Äh, Finte meine ich. Ich habe ja keine Verfolgung mehr, da war ja was. Weil Finte ist stärker. Aber wir brauchen Saturn auf einem annehmbaren Level. So relativ viel Schaden, die wir jetzt bekommen haben. Aber okay. Weg mit dir. WINGAL. Was willst du von mir? Nein, wir brauchen jetzt, äh, Saturn auf einem ganz brauchbaren Level, weil wir ja damit die Arena auch clearen müssen. Das heißt, im besten Fall erreicht Saturn Level 25, wenn wir beim Arena-Leiter sind. Das wäre ganz gut. Also ich darf jetzt auch nicht übertreiben, weil ich ja auch die ganze Arena mit nach Tara machen muss. Aber, ja. Jedenfalls haben wir nicht das Problem, dass wir überlevelt haben. Und natürlich werde ich verwirrt. Ah. Warum zählt Verwirrung nicht als primäre Status Veränderung? Au. Greif mich physisch an. Das ist nicht physisch. Ah. Macht mehr Schaden, als ich will. Sagen wir es mal so. Und das macht irgendwie nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Aber was soll's. Wenn er wenigstens physisch angreifen würde, würde er sich jetzt quasi selber rausnehmen. Glaube ich. Oder ist er im roten Bereich? Ja. Einen Beulenhem-Schaden müsste er sich jetzt hier selber rausnehmen. Ach. Ich war davor nicht mehr verwirrt. Achso. 50% Confusion Chance. Ich sag's nur, ne? Ich muss mal meine Highlightung ganz kurz. Moment. Wir werden hier wegverwirrt. Ist irgendwie nur dezent anstrengend. Lass das bitte entornen. Es ist nervig. Verwirrung ist halt wirklich der nervigste Status Move, die es gibt. So. Ich würde gerne noch hoch. So. Und Finte. Jetzt wirklich. Komm durch die Verwirrung. Danke. Jetzt. Nach unserer Erfolgsquote wäre Verwirrung eine... Also durch die Verwirrung... Vielleicht ein paar Carpador. Wir haben noch nicht den obligatorischen 6x Carpador Trainer gefunden. Ah. Nein. Okay. Ditma. Und diesmal keine Aliteration. Ich musste... Die war da gerade so schöne Flashbacks an Omega Rubin, wo wir so schöne Aliterationen jedes Mal hatten. Bei den Anglern. Angler A, Luis. Und alle Angler mit A beginnend irgendwo. Schade eigentlich. So. Finte. Hauen wir den Dachra mal noch ein bisschen, äh... Die Birne zu Brei. Und, äh... Gucken wir weiter. Wir müssen schauen, wie weit wir es heute genau machen. Mh... Ich würde sagen, ich kann... 47 bei mir... Wie gesagt, ich muss ein bisschen schauen. Ich muss mich noch kurz fertig machen. Das heißt, länger als 8 Minuten werde ich nicht mehr aufnehmen. Ich muss ja den ganzen Spaß auch noch exportieren. Also, die Audio zumindest. Ähm... Heißt... Ich werde jetzt erstmal... Ja, ich denke, wir werden noch nach... Nach Reliviere reinkommen. Da kurz uns umschauen. Dann werde ich den Paar noch beenden. Also, so... 15 bis 20 Minuten irgendwo in dem Dreh wird es sein. Die Route klären wir auf jeden Fall noch fertig. Dann sind wir mit Route 8 auch endlich mal fertig. Hat der jetzt eigentlich zwei... Zwei Lagen Tarnsteine raus? Ne, ne, ne. Er hat einmal Blubstrahl, einmal Tarn... Äh... Giftspitzen nicht Tarnsteine. Ja, ich lege auch immer zwei Lagen Tarnsteine. Giftspitzen nicht Tarnsteine raus? Uhhh... Es wird ziemlich hart, wenn man zwei Lagen Tarnsteine rauslegen könnte. Dann kommt Fiaro rein und das ist einfach One-Hit. Jetzt hat er gerade Kapitza-Latt. Möchte man bemerken. Das wäre sehr bitter. Das wäre sehr schade für... Das ist aber für Fiaro. Fiaro ist ja eh jetzt schon ein Nerf von. Aber... Naja, was soll's. Was soll's. So, noch mehr Angler. Wie viele Angler haben... Ah, Schwimmerin. Ähm... Wie viele Trainer sind noch auf der Route? Ich glaube noch zwei? Fragezeichen. Tristan und Mushas. Oh Gott, nein. Da sollte ich im besten Fall rauswechseln, weil Mushas physische Verteidigung ist einfach zu hoch. Und... Ach, Tara hat meine... Also Saturn hat... Ich muss mich an die Namen gewöhnen, mal endlich. Saturn hat aktuell keine, ähm... Speziellen Attacken. Das heißt... Ich muss auf Blut zurückgreifen und den Sternenschauer einsetzen. Im besten Fall. Oh, sogar. Das Futschild predicted, wenn man so möchte. Weil so dürfte ich wesentlich mehr Schaden machen. Können wir nachschauen, wie viel. Das war ein Crit. Ich glaube, der hat auch gemerdert, weil... So schlecht es sein mag, dass ich glaube, die spezielle Verteidigung von Mushas auch sein mag, das war doch viel Schaden. Äh... Gut. Eine Rückkehr. Ah, wir bekommen den Sternenschauer wieder zurück. Schön. So Level... Hier hast du meine Sterne. Nimm sie wieder zurück. Ich will sie nicht. Hm. Gut. Auch Sternenlospundet. Wer ist es erwartet? Die OP-Rückkehr von einem Anpassungs-Evoli. Pluto, du bist ein feines Evoli. Fein, was er lässt sich. Spezialverteidigung ist einfach... Krass. Bezirzer. Macht was nochmal? Bitte charmant um das getragene Item des Ziels und Stiegel ist dann. 60. Eine physische Attacke, ne? Nein, nein, ich. Ansonsten, äh... Äh, wir können Attacken behalten. So. Ja. Genau. Ähm. Ne, wenn es eine spezielle gewesen wäre, hätte ich mir vielleicht über... Nein, Evoli entwickelt sich nicht. Äh, wenn es eine spezielle Attacke gewesen wäre, wäre es, äh... Hätte ich vielleicht gesagt, ja, mach den Sternenschauer raus, aber in dem Fall dann nein. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich Attacken habe, die immer treffen, weil dann kann ich nicht mit irgendwelchen blöden Sandwirbeln oder sowas getrollt werden oder Doppelteamen oder was weiß ich. So diesen typischen Playthrough-Attacken, die einem einfach nur auf den Senkel gehen. So, ich schau jetzt einfach mal, Saturn sollte doch Level 23 erreichen auf der Route höchstens. Also den Kampf werde ich noch machen mit Saturn und dann werde ich mal weiterschauen. Ich lege mir bald ein neuer Bikini zu. Nach diesem Kampf wandert diese alte Fetzen auf der Stelle in den Müll. Es ist auch interessant, was manche Leute so erzählen. Wenn du... Schwierig, Bikini, ganz sehen wir mal. Ähm... Ich meine, du begegnest random Leuten am Strand und dann erzählst du dir davon, wie sie im Bikini austauschen möchten und denkst du nur so. Danke. Danke. Danke für die Information. Warum hast du eigentlich schon wieder ein Käfer-Pokémon? Kannst du das noch bitte einer erklären? Und dann auch noch eins... Oh Gott. Du hast bitte keine Käfer-Attacke, oder? Sonst könnte das nervig werden gleich. Ähm... Ich glaube, ich erleichtere mir das mal gerade ein bisschen. Aber bisher sieht es so aus, als ob es... Oh. Genau. Setz weiter auf den Zuckieb ein. Finde ich gut. Beulenhelm OP. Wird uns auch in den Marienerkampf wahrscheinlich ganz gut... Relativ zugute kommen. Sagen wir es mal so. Sagen wir es einfach mal so. Äh... Ja. Hau weiter auf den Beulenhelm. Finde ich gut. Der... Die Finte macht jetzt auch ein bisschen Schaden in der Ruckzuckieb. Vielleicht killt er? Ja. Kilt. Perfekt. Dankeschön. Tschüss, Maskering. Ist ja auf jeden Fall... Ist auch ein Pokémon, das ich mir jetzt, äh... Direkt mal züchten muss eigentlich, weil... Maskering ist... Hier gebufft worden. Hat jetzt, äh... 100 Speed und 100, ähm... Speziellenangriff, glaube ich. Also es wurde um 20 erhöht bei der Werte, was ziemlich gut ist. Und es hat ein Falterrein. Das heißt, das Ding kann ganz schön abgehen, wenn man mal ein Falterrein rausbekommen hat. Das ist aber noch nicht so gut wie jetzt, keine Ahnung, ein Ramoth oder sowas. Aber hey. Es hat immer noch ein Käferflug-Pokémon. Das ist halt relativ Standard. Es gibt so viele Käferflug-Pokémon. Leider Gottes. Aber es hat einen Bedroher. Das ist ziemlich cool. Das ist eine ganz coole Fähigkeit dann auch noch, wenn man den Falterrein auch hat. So. Wir heilen erst mal unsere Pokémon. Unsere zwei Pokémon. Aber bald bekommen wir ein drittes. Wir haben es ja fast geschafft. Und alle, die gesagt haben, ich werde overleveln. Haha. Haha. Sag ich nicht. Ich hätte da einen Vorschlag. Gesetzt hat er davon, einen Libiskus von dir gegen einen Stalos von mir zu tauschen. Ich habe keinen Libiskus, aber wow. Das ist ein gutes Angebot. Wir weinten, äh, gar endlos schien die Nacht zu sein, die über Kalos war gekommen, als jünger Kehl ein jammervolles Schreien bei Gefattertode Siegeszug vernommen. Den Opfern jedes grimmigen Krieges Pokémon und Menschen zusammen, die ihr auch so junges Leben ließen, mögen Tränen, in einer tiefer Trauer fließen, um sie zu ehren und uns zu mahnen. Komm, dafür, äh, die 500, bitte. Es freut mich, dass es dir gefällt. Das hast du toll gemacht. Pokémon dieselbe Art können durchaus unterschiedliche Fähigkeiten haben. Oh ja. Damit habe ich mich ja nochmal auseinandergesetzt, weil ich habe ja hier ein Zucht-Torial geplant, ne? Da musste ich mich auch mit Fähigkeiten nochmal auseinandersetzen, und wie ich das genau erkläre. Jetzt bin ich bereit. Ich habe nämlich jede Menge Tränke am Start. Es ist Zeit, die Arena... Hele, hele. Arena leider herauszufordern. Na, warte, Limo. Lino. Ich habe gerade Limo. Wer ist Limo? So, jetzt komme ich. Alles klar. Ich kaufe noch kurz ein. Mh. Einfach mal, um wieder aufzurunden, beziehungsweise auf runde Werte zu kommen. Ein Gegengift. Passt. Passt. Zwei davon noch. Man kann nie genug haben. Mittlerweile kann man es uns ja auch leisten, netterweise. Das passt. Und da habe ich mal sechs draus. Dankeschön. Das hast du so im Angebot. Auch noch irgendwelche coolen TMs oder sowas. Hätte ich nichts dagegen. Na gut, Bälle. Bälle sind ja für uns eher irrelevant, möchte man sagen. Ich überlege gerade. Ich könnte gerade noch eine Sache machen. Und zwar könnte ich hier rüben was kurz holen. Was für uns noch als Interessantes. Oh, willkommen. Immer schön näher rein spaziert. Hallo. Na, das nehme ich aber perfektes Timing. Du bist unser 10.000 erster Kunde. Okay, danke. Wirst du Nummer 10.000 gewesen, hättest du ein Fahrrad geschenkt bekommen. Naja. Timing in Anführungszeichen, ne? Da du nur ganz knapp an diesem tollen Preis weigeschramt bist, bekommst du eine zweite Chance. Wenn du die folgende Quizfrage richtig beantwortest, erhältst du doch noch ein Fahrrad. Also. Hier kommt die Frage. Gibt es Fahrräder auch in verschiedenen Farben? Da war ich sicher. Sieht man ja im Hintergrund überhaupt nicht oder so. Nein. Richtig. Ich bin mir sicher, das Fahrrad wird dir in den besten Händen sein. Du liebst Fahrräder ja auch augenscheinlich. Klar. Welche Farbe darf es denn sein? Hättest du lieber ein gelbes oder ein grünes Fahrrad? Überlege es dir gut. Du kannst es nämlich nicht umtauschen. Ich glaube, ich nehme das grüne Fahrrad. Mit gelb. So ein helles gelb. Ein grünes Fahrrad. Toll. Viel Spaß beim Rübendüsen in der Kalos-Region. Oh yeah. Das Fahrrad. Wurde leider Gottes in Sonne und Mond nicht mehr übernommen. Aber wir haben ein Fahrrad bekommen. Wir können noch kurz mit den beiden Leuten hier reden. So viel Zeit muss sein. Und dann beim nächsten Mal kümmern wir uns um die Arena oder so. Fahrräder und Rollerskates haben beide für sich. Beide etwas für sich. So viel steht fest. Ja, Rollerskates sind immer schneller ausgerüstet und etwas wendiger. Glaubst du, man wird noch schneller, wenn man mit Rollerskates an den Füßen auf sein Fahrrad steigt? Sicher doch. Kannst du es ja mal probieren. Ich glaube, die Verletzungsgefahr steigt dadurch nur etwas. Aber okay. Um es jetzt mal kurz zu demonstrieren. Wir haben jetzt das Fahrrad. Das heißt, wir können mal kurz hier hingehen und das registrieren. Das heißt, wenn wir jetzt Y drücken, haben wir zwei Teams ausgerüstet. Und zwar das Itemradar. Und ich möchte gerne das da rüber sortieren. Kann man mit Start ganz nebenbei. Und das Fahrrad und... Ach ja. Wunderschöne Fahrradmusik. Und das Fahrrad finde ich tatsächlich wendiger. Ich finde das Fahrrad besser als die Rollerskates. Nur, dass man halt da immer diese Musik hört. Wobei die Musik auch nicht schlecht ist. Weg damit. Denn jetzt will ich erstmal sagen. Leute, das war es für heute. Mit Pokémon X in der Evolution Log. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Wenn wir uns um die Arena kümmern. Heißt Lino. Anscheinend der Arena-Latter. Mit seinen Pokémon. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, welche Pokémon es sind. Aber ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es schon gesagt. Aber ich sage es jetzt nicht nochmal. Also, bis zum nächsten Mal. Dann bei Part 15. Bei Pokémon X Evolution Log. Bis dahin. Und... Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.